ja ich glaube nicht aber dafür habe ich erwartet dicken kock dick 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 oh scheiße das war ein fehler jetzt beginnt hier schnitzeljagd was geht ab wird hier dick bief 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 ist immer gut habe ich untätige arbeiters ja ich will ja brauche ich ja keine mauer errichten ist ja eigentlich unsinnig irgendwie ist das spiel schon wieder voll verkackt oh ja hör mal wieder direkt auf zu heulen nur weil du immer am rum bischen bist was 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 ach so bubble 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 die ganze zeit gehen irgendwelche felder nach jetzt gehen wir voll auf den sack hier wer greift mich an was geht hier ab da oben stand noch einer habe ich gar nicht bekommen ich müsste mal in die riethausseite ganz leger back to the roots hat der kleine namen ne nicht mehr ist kaputt gebumst hat sich ja doch gelohnt ja genau rinde einmal rum komplett du fetter hässlicher mensch ey du hässlicher mensch die und die überliegen die 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 Einfach mal die komplette Nahrung komplett verballern. Das ist nicht geil. Läuft bei dir, wa? Ja. Das schaffen die nicht, Alter. Das schaffen die nicht. Oh Gott. Mango. Das war auch nicht mehr genau. Nahrung. Wie dumm das ist. Scheiße. Ey, wenn dein Turm braucht noch, warte, nur noch 730 Mal drauf schießen, dann ist der Turm vernichtet. Das hat gar kein Problem. Du hast ja kein Gegner, Junge. Läuft bei dir. Ich hab einfach auch keine Nahrung mit mir. Ich hab einfach auch keine Nahrung mit mir. Die hacken ja einfach alles in den Underground, Junge. Draufgeschissen. Was geht denn jetzt ab? Achso, ich dachte, du greifst mit schwerer, äh, äh, wie alt ist das? Ich hab nur coolerweise mit meinem Turm deine Hurensöne zerstört, da. Geil. Ja, man nennt mich auch den verrückten Typen. Weil ich einfach so verrückt bin. Irgendwas muss ich hier ändern an meiner... Taktik? Tic-Tac? Äh, Ökonomie, Junge, das geht ja gar nicht klar. Das geht doch, das geht noch. Das ging auch. Wo geht denn die ganze Nahrung hin, Simon? Was sind das für Fettsäcke, diese Briten, Alter? Nur am Fressen, ey. So laberst du nur Scheiße. Ist der Marco nur Scheiße? Scheiße, Scheiße, Scheiße. So laberst Scheiße, schreib deinen Scheiß-Vokabeltest allein, ey. War schon lustig. Ich wünsche, ich wäre dabei gewesen, Alter. Mein Datum? Fuck. Oh, du? Tell me lies, tell me sweet little lies. Gib mir Reis, gib mir leckeren süßen Reis. Oh, yeah. Oh, yeah, all night long. Gib mir Reis, gib mir Milch-Reis. Ba-bam-ba-bam. Ba-bam-ba-bam. Ja, ich habe für nix hier nix, Alter, nix. Achso. Stockt das Spiel? Ja, okay, läuft gut. Gib mir Schweiß, gib mir leckeren Schweiß. Ba-bam-ba-bam. Ba-bam, du ekelhafter. Jungs, kommt mal alle her. Boah, du bist noch der Mensch. Geht mal alle gucken, Jungs. Ja, ihr macht mal ein bisschen Böse im Action da und dann ist all day gut. Frau, ich habe keine Schmiede gebaut. That's crazy shit. Haha, du traust dich ja was. Ich raste mal wieder komplett aus. Ich tue meine neue Laserbrille. Haha, du kleiner Legastheniker, du meinst von Laserbrille. Du erzählst mir Lügen, nur süße Lügen. Hm, habe ich irgendwo? Ja, habe ich. Hast du? Mhm. Aber lüg mich nicht an. Ja, Bulldom, ist egal. Sollen wir mal ein ernstes Thema ansprechen jetzt? Irgendwie Sex mit Verwandten oder so? Bah. Bah. Ja, Junge, was geht bei dir heute? Wer hat dich denn heute angeschissen? Richtig ekelhaft, dieser Mensch. Du bist ein ekelhafter Mensch, Junge. Du bist ein ekelhafter Mensch. Du bist ein ekelhafter Mensch. Na hör auf, du bist ein ekelhafter Mensch. Ach, du bist so süß. Jetzt bring mich doch nicht in Verlegenheit. Du bist ein ekelhafter Mensch. Vor unseren Fans. Was für Fans, ja, und das Video für uns. Scheiß auf den Rest. Fans. Tammy Fans, Tammy Sweet Little Fans. Tammy Shit, Tammy Sweet Little Shit. Also, den Spot, den ich mir ausgesucht habe, ist echt für den Arsch. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier irgendwie, äh, irgendwas zu bauen, Alter. Was geht ab? Ich klug Naro. Kenn ich, kenn ich. Ja, kennst du das? Weißt du, wie das ist? Ja. Du weißt nicht, wie das ist! Wenn man mal nix zu essen hat. Nix zu essen. Ja, jetzt habe ich auch keine mehr. Jetzt ist es auch bei mir vorbei. Ich habe auch keine Reihenfolge, was ich entwickle. Ich klicke einfach, da gucke ich, was ich habe. Egal, draufklicken. Bam, Junge. Scheiße, auf alles, ey. Ist so, ich scheiße auf Details. Wer greift mich hier schon wieder an? Boah, hast du Upgrade gemacht, ne? Kleine Bitch. Crazy Upgrade. Hatte da so einen Wachturm, Junge. Was habe ich? Ich habe nur so einen Wachturm. Geh mir doch nicht auf den Sack. Mann, mach hinne. Ich werde jetzt auf ein Passdoktor hin. Ich will zacken. All day. All night. All day. Boah, sweet little sweet. Ach, die muss ich auch noch bauen, die Hurense. Hallo, Mr. Hurensohn. Let's talk about shit.